Okay, Willkommen! Wir machen heute einen Livestream bei mir auf Twitch-TV, wenn man es sagen darf. Blascops ist dran! Wir spielen heute eine Runde Blascops, machen da ein bisschen Action drin und räumen da ordentlich auf. Das wird lustig werden. Wer dabei ist, das weiß ich noch nicht. Das werdet ihr dann sehen. Toll, Leute! Das ist witzig, schaut doch mal vorbei. Wir machen jetzt die kaputt und so. Der Moritz macht das jetzt halt nicht, aber er wird es wieder machen. Aber so lange stehen die Chancen schlecht. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, das ist ja richtig. Lustiges Spielen. Haha, macht so viel Spaß. Rum. Explosieren. So viel Explosion. Auch nur, wenn ihr vorbeischaut. Ha! Das ist wie, als wenn ich irgendwie Werbung für ein Restaurant mache. Gut.